Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen für die nächsten 48 Stunden mal unseren TikTok-Namen in unserem Fortnite-Namen drin haben. Und genau dazu habe ich jetzt speziell einen neuen Account gemacht. Und zwar habe ich mich YouNoopCry genannt, also DuNoopHeulst. Ich habe 20 Leute, die ich folge, 26 Follower aktuell, 0 Likes, ist klar. Und ich habe ein kleines Video gedreht. Wartet mal ab, die werden so ausrasten. Hey DuNoop, du bist hier genau richtig. Du bist doch gerade von mir gekillt worden, kann das sein? Wie geht's dir so, hä? Willst du vielleicht ein Abo da lassen oder so? Oder genießt du einfach das Video? Schreib gerne mal die Kommentare rein, was hier gerade passiert ist. Du bist so schlecht in Fortnite, du könntest Fortnite auch direkt runterlöschen. Ey, darauf erstmal einen fetten Loser-Dance. Ey, warte mal, ich kicke einen Anruf rein. Wer ist da? Deine Mama hat angerufen, du bist scheiße in Fortnite. Mach lieber Hausaufgaben oder so. Tschüss. Haha, dieses Video ist so geil, ich weiß auch. Ich bin schon so richtig aufgeregt. Ich hoffe natürlich drauf, dass wenn ich jemanden kille, der dann auf TikTok geht, sich das Video reinpfeift und dann richtig ausrastet. Wäre voll geil, wenn da lustige Kommentare wären. Und wir schauen natürlich mal, wie viele Follower ich in 48 Stunden machen kann. Wenn euch das Ganze gefällt, ist auf jeden Fall ein Like und ein Abo oder tragt mein Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Und jetzt geht's los. Erstmal ein bisschen TikToken. Okay, Leute, die Mission beginnt. Wir sind jetzt TikToker. Und zwar TikTok, you... No cry? Hallo? Ich weiß, mein Name schon gar nicht mehr. Wir werden mal schauen, dass ich jetzt ein paar auseinandernehme und die werde ich richtig flachsen. Ich bin auch extra auf einem anderen Account hier unterwegs, weil hier habe ich auch bessere Emotes. Ich sag's euch. Ey, warte mal, hier ist ja gar keine Waffe. Hä, das fing gar nicht gut an. Oh Gott, soll ich den anheuern? Du bist mein neuer Bruder, okay? Was, Bruder? Ja, du? Komm mit. Wir spielen jetzt im Duo-Modus. Der könnte mein erster TikTok-Follower werden. Oh, was geht denn da vorne ab? War er ein Gegner? Hä? Der trägt echt einen weg. Ich glaube, ich werde bescheuert. Unser erstes Opfer. Perfekt, ey. Den werden wir jetzt richtig verarschen. Ey, komm mal da raus, Bruder. Ich bin jetzt TikTok-Star. Mach keinen Ärger. Uh, er holt ihn wieder. Ich muss ja was mit dem machen, ich sag's euch. Ich glaube, ich werde den Spitzhacken, oder? Wenn ich den Spitzhacken gehe, geht er eh auf meinen TikTok drauf. Und dann ist Escalation, Mescalation. Uh, komm her. Oh Gott. Oh, wie viel AP hat der denn? Ich hab's trotzdem geschafft. Let's go. Okay, erstmal dancen. Wartet kurz. Komm schon. Geh auf meine TikTok-Seite. Los. Ey, wie viele Leute sind hier? Hä? Was passiert hier heute? Wieso sind hier so viele? Oh mein Gott, das sind alles potenzielle Abonnenten von mir jetzt. Hallo, Bruder. Bist du TikTok? Ich bin TikTok. Ey, da schießt er noch mehr. Wow, das war drei auf einmal. Was ist mit dem da vorne? Keine Ahnung. Egal, Depp in die Fresse. Noch ein Depp. Und jetzt machen wir noch ein kleines Danzchen. Geht auf meinen TikTok-Kanal. Okay, let's go. Hä? Was macht der denn da? Hallo? Hast du dich verlaufen? Ich glaube, ich spinne. Hier sind so viele in der Stadt. Hey, ist tot. Ey, da muss doch gleich mal einer drunter kommentieren. Der ist euch vor, der schreibt so. Was hast du mit mir enttiltet gemacht? Ey, das wäre super lustig. Ich sag euch, die werden mich nie wieder vergessen. Ich bin's. TikTok. You Noob Cry. Wieso hängt der in der Luft? Nimm den Loser Dance. Oh, er wird so getriggert sein. Ich liebe es. Stirb. Hello there. Oh, was ist das denn? Oh, oh. Sein Matt kommt. Kill ihn, Bot. Los. Nimm ihn auseinander. Ey, der will abhauen. Kann das sein? Na, hör mal. Du kannst doch nicht einfach abhauen hier. Egal, jetzt hast du viel Zeit. Kannst du bitte meinen TikTok gucken? Auf süß. Hey, zwei Leute gucken mir zu. Perfekt. Ey, der Dance hier auch. Ich komme ja gar nicht klar. Was war das denn gerade? Ich wusste nicht, dass er das kann. Ey, ich muss gleich unbedingt nachgucken. Meint ihr, da hat schon einer das TikTok geguckt? Könnte ja sein, oder? Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Kennt ihr das? Seid ihr das auch vielleicht? Wer weiß. Ich könnte mal hier reingehen. Ey, das ist perfekt. Ich gehe aufs Sofa drauf. Und jetzt gehen wir auf TikTok und gucken mal, wer sich das schon alles reingepfiffen hat. Okay, lass mal schauen. 20 folge ich weiterhin. 27 Follower. 0 Likes. Ey, wartet mal. Hatte ich nicht 26? Ey, einer hat mein Video gesehen. Wie geil ist das denn? Es läuft, Freunde. Ich werde TikToks da. Was machen TikToker eigentlich den ganzen Tag? Machen die dasselbe wie YouTuber? Macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Weil die Videos sind viel kürzer. Das heißt, die haben viel mehr Zeit. Soll ich auch TikToker werden? Soll ich das hier auf TikTok hochladen? Bin verwirrt. Oh, hier schießen welche. Hallo, Freunde. Was macht ihr denn hier? Hä? Was macht der denn da? Bruder, wir spielen den Bauen-Modus. Nicht den No-Building. Ey, der ist auch voll verwirrt. Wie viele Lostis laufen denn hier rum? Ey, jetzt geh doch mal down hier. Ich glaube, ich raste gleich aus. Hallo? Bruder, bleib stehen. Was soll ich sagen, Bruder? Der will auf TikTok gehen. Ich schwöre es euch. Guckt euch das an. Ich kann ihn nicht killen. Was ist denn mit dem los? Ey, der jagt den Frosch gerade und ich jag ihn. Was ist das? Ich komme gar nicht klar. Ey, der Typ hat komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Guckst du zu viel TikTok? Oh, der hinschießt. Ey, Bot, lass ihn in Ruhe. Das ist jetzt mein neuer Freund. Ich glaube, ich spinne. Was macht der hier? Der spielt irgendwie den Lauf-Simulator. Wer ist das denn jetzt? Hä? Bist du sein Freund? Lass ihn in Ruhe. Ey, der ist ja genauso Lost. Ich check's nicht. Was ist das für eine Runde? Guckt euch das an. Der hat die Spitzhacke in der Hand. Ich kann nicht mehr. Ey, hör doch mal auf damit. Bist du Vögel am Beobachten? Willst du Frösche fangen? Oh Gott. Wow. Was passiert hier gerade? Ich muss hier weg. Das war Christian, glaube ich. Christian, guck mein TikTok. Schreib unter die Kommentare, ob du das gewesen bist. Ich glaube, ich spinne. Ich muss hier weg. Bot, du regelst das schon, ja? Wir haben potenzielle neue Kunden für unseren TikTok-Kanal. Guckt euch den an. Der, der chillt, ey. Wie ekelhaft. Was kannst du nicht machen, Bruder? Ich muss hier eine Mission vorbereiten. Ey, ich bin schon ganz verwirrt, ey. Ich bin verwirrt wie die Leute. Egal. Schau auf meinem TikTok-Kanal vorbei. YounupCry. Kannst du nicht verfehlen. Ich bin dieses Saufgerege. Ey, ich liebe diesen Dance. Wer kennt ihn? Schreibt es in die Kommentare rein. Spaß ist Orange Justice. Wusstet ihr, ne? Schreibt es trotzdem rein. Ist hier noch einer? Hier ist wirklich noch einer. Er ist zurückgekehrt. Das war doch der Lustig von gerade, oder? Ey, nee, warte. Was ist ein anderer? Oh Gott, hier sind so viele Gegner. Wenn wir beide killen, haben wir zehn Kills. Das könnten zehn neue Follower werden. Ey, warte mal auf zu schießen, du irrer. Oh Gott, ich kann nicht editieren. Was ist das für ein Account hier? Oh, oh. Hilfe. Lassen Sie mich raus. Ich bin eingesperrt. Der Arme. Mach keinen Ärger. Ich entführe sonst seinen Freund. Ist mir doch scheißegal. Ich nehme das einfach mit. Ey, shit. Wir kommen da gar nicht hoch. Egal. Wir sehen uns wieder. In einer anderen Runde. Hä? Leute, lässt ihn einfach alleine. Was hast du denn für ein Mate dabei? Ey, das wird hier immer besser. Ich kann nicht mehr. Cool, der droppt sogar seine Waffen. Ey, bleib am Lagerfeuer, Bruder. Du wirst es überleben. Ey, wie lange kann der überleben? Ich glaube, ich lasse den hier gleich einfach alleine. Und? Willst du einen Follow da lassen? Okay, der ist einfach gestorben. Dann nicht, du Loser. Ey, Komm-Bot, wir gehen jetzt in die Zone rein. Lasst uns die letzten Gegner killen. Oh, oh. Ich baue schon wieder so schlecht. Ich kann nichts dafür. Das ist ein Alternativ-Account, Freunde. Macht das nicht nach. Und? Oh mein Gott. Es wird Zeit für Loser-Dance. Schaut bei mir vorbei. Peter und Papa. Papa, Peter. Ich will Follower sehen. Ich will Kommentare sehen. Die letzten beiden. Wo sind sie? Oh, da ist schon einer. Oh mein Gott. Ich habe ihn so erwischt. Hä? Was passiert jetzt? Meine Maus ist leer. Nein, was ist das denn? Ich kann mich nicht bewegen. Äh, Leute. Wir sind nach einer kurzen Werbeunterbrechung für sie wieder da. Kaufen sie gerne ein Mini-Wannabe, wenn sie Bock drauf haben. Oder machen sie gar nichts? Jetzt geht wieder. An Kabel angeschlossen. Was tue ich nicht alles für diese Challenge hier? Oh, oh. Der ist ja neben mir. Wow. Der ist ja gar nicht so übel. Oh, da fahr dich mal runter. Ich muss diese Runde gewinnen. Wir gucken zwei Leute zu. Vielleicht sind es gleich vier, fünf, sechs, acht hundert. Keine Ahnung. Was macht der denn da? Oh mein, der ist voll am chillen. Der ist ja voll relaxed. Ich wusste nicht, dass du so am chillen bist. Ey, diese Waffe ist echt geisteskrank. Ich fand die nicht gut. Aber mittlerweile muss ich sagen, die fühlt sich wirklich köstlich-wöstlich an. Tauen wir den noch. Und dann die Runde. Oh mein Gott. Diese Waffe ist so brutal. Ey, das gibt es doch gar nicht. Bruder. Was baut der hier? Willst du Cabrio fahren? Ey, Junge, ich habe keine Zeit dafür. Ja, gut. Ich habe wohl Zeit dafür. Wir haben 48 Stunden Zeit. Wenn da nicht ein paar Follower bei rumkommen, weiß ich auch nicht mehr. Ey, ich bearbeite bei einer Zeitlupe. Oh, oh. Mach keinen Ärger. Okay, reicht das. Ich kill den jetzt. Wartet ab. Drei, zwei, eins und... Der stimmt durch Zone, oder? Let's go. Ippischer Sieg in der ersten Runde. Das war doch ganz klar. Ich bin TikTok-Star hier. Mach noch mal ein bisschen Loser-Dance. Mach mal ein bisschen Welle. Hoffentlich gucken zehn Leute zu. Und ihr guckt jetzt gleich einfach um meine Seite, okay? So. Wie sieht es nach fast einer Stunde aus? Wir haben 21 Leuten, denen ich folge. Ja, ich habe eben einen gefolgt. Wir haben 32 Follower. 30 Follower? Oh mein Gott. Das sind zwölf neue oder so. Oder fünf? Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall drei Likes und zehn Leute haben das Video schon geguckt. Ey, das läuft ja richtig gut. Es gefällt mir. Okay, Leute. Es geht weiter. Es sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Ich habe ein bisschen Pause gemacht. Ich habe noch nicht weiter auf TikTok geguckt. Aber ich habe das Gefühl, da läuft gerade irgendwas. Was läuft denn hier? Hä, Deadpool? Was machst du denn hier, Bruder? Hä, ich habe so eine geile Idee. Wartet mal ab. Ey, klappt das? Können wir hier hoch? Oh mein Gott. Das funktioniert, oder? Macht euch bereit, Leute. Jetzt wird Deadpool gleich fliegen lernen. Ey, shit. Hier kommen wir nicht hoch. Schade. Egal. Ich werfe den jetzt einfach vom Dach gleich. Noch ein paar letzte Worte, Deadpool? Hä? Nö? Okay, tschüss. Äh, schau auf meinen TikTok vorbei, ne? Oder? Oh mein Gott. Ich glaube, ich spinne. Der raubt die Bank hier aus. Ist das überhaupt eine Bank? Keine Ahnung. Der Typ ist ja richtig krimineller. Na, hör mal, Alter. Das kannst du doch nicht machen. Ich bin jetzt ein Star. Huh. Oh, der lauert auf mich. Oh mein Gott. Chip. Let's go. Und. Oh Gott, sein Mate kommt. Ich hab die Idee. Wir fackeln hier einfach alles ab. Das war's dann wohl mit euch Verbrechern. Geht auf TikTok. Schaut mein Video. Und inspiriert mich neue zu machen. Ich verpiss mich lieber. Hier gibt's bestimmt genug Leute drin, die schon mal TikToks gemacht haben. Habt ihr schon mal TikToks gemacht? Ich bin tot. Yo. Ich hasse Sniper. Ich war doch fast fool. Okay, lass mal auf TikTok gucken. 21 folge ich. 57 Follower. Was? 90 Likes? Und wir haben 843 Aufrufe? Ey, ich werd bescheuert. Wie viele Kommentare? Warum nur einer? Habe Fortnite gar nicht mal installiert? Ey, warten. Das Ding ist vier Stunden draußen. Und wir haben nur ein Kommentar. Aber das Video geht ab. Das ist sehr, sehr gut. Wir machen weiter. Hallo? Uh, es ist Spider-Man. Das gefällt mir gar nicht gut. Spidey, komm raus. Du musst brennen. Ey, der wird mich so killen. Ich werd sterben. Nein, ich bin tot. Aber er ist auch fast tot, der hat 3 HP. Stirb. Stirb. Los. Für Fortnite. Für Fortnite. Für TikTok. Geh drauf. Ey, der stirbt nicht. Doch, er stirbt. Oh mein Gott. Nein. Er hat ja noch einen Teammate. Und der ist Level 1 erst? Was hast du denn für Freunde? Ihr habt ein richtig gutes Gefühl. Ich sag's euch. Diese Challenge 48 Stunden. Ey, halt doch mal die Stauze jetzt hier. Ja, die wird richtig geil werden. Oh, das war richtig knapp. Das sieht jetzt richtig schlecht für dich aus. Wir werden so viele Follower machen. Wir werden weltbekannt werden. Eine Million Follower. Was sagst du dazu, Pickelrick? Wie unhöflich. Der hat nicht mal geantwortet. He, 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 Marco. Was sagst du denn dazu, hä? Oh, sein Mate kommt. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Ich war das nicht. Ah, Spaß. Ich war's doch, Ninja. Du kommst jetzt auch mit da oben. Passt du noch ein bisschen? Komm her, Ninja. Komm. Ey, stellt euch vor, das ist der echte Ninja. Ich würde so viele Follower machen. Ach, Orange Justice, Bruder. He, he, kommst nicht vorbei. Wartet kurz. Nein, nicht runterfallen. Jetzt. Und flieg, Ninja. Tschüss. He, he, he. Oh, direkt tot. Lass mein Mate in Ruhe. Ich werde den jetzt einfach entführen und auch runterschmeißen. Komm mal mit. Oh, oh mein Gott. Nein, das wird nicht funktionieren. Lass mich in Ruhe. Bitte. Ich bin schon wieder tot. Nein. Scheiße, egal. Wir gehen wieder auf TikTok drauf. Und wie sieht's aus? Was? 221 Follower. 334 Likes. Köstlich, schmöstlich. Köstlich, schmöstlich. Wir haben 3218 Views drauf. Ey, wenn da keine Kommentare sind. Ich raste aus. Ach, habe ich das erzählt? Ich habe übrigens einen Text da stehen. Wenn du das liest, löscht dein Fortnite. Du bist ein Bot. Easy Clap, haha. Geht's dir so, hä? Guckt euch das an. Oh mein Gott. Wie viele? Das Video ist jetzt 20 Stunden alt. Wir haben 14 Kommentare drauf. Ey, wir müssen die lesen. Aber Fortnite gar nicht installiert. Kennen wir. Der rastet einfach nur aus. Okay. Fühle ich. Bro, du bist Level 20. Ich bin Level 175. Wannabe, der Coole. Ey, der hat schon rausgefunden, dass ich das bin. Warte mal, es geht nach oben. Komm, eins gegen eins. Lass my lease. Wannabe, wannabe, lol. Mein Lieblingskin. Kann ich deinen Account haben? Was labert der? Egal, als ob er dir einfach Account schenkt. Ey, was geht hier ab? Ey, das ist voll geil. Aber schreib mal was über die Runden. Was macht ihr denn? Du bist nicht Wannabe. Doch, Bruder, bin ich. Es läuft. Wir müssen weitermachen, ey. Das ist zu geisteskrank. Guck mal, die wollen alle eins gegen eins und so gegen mich machen. Falls ihr das als extra Video haben wollt, dann schreibt sie in die Kommentare rein. Meint ihr, wir schaffen es am Ende dieses Videos auf 10.000 Views? Was geht denn hier ab? Oh mein Gott. What's going on hier? Seid ihr länger hier? Was treibt es denn hier, Bruder? Machst du Ärger oder was? Ey, diese ganzen Bots rasten total aus. Tschüss. Wie viel hat der Ärgeres Brief gemacht? Du bist tot. Stirb. Los. Du sollst sterben, Bruder. Warte, ich habe eine Idee. Wer wird der verzudehen? Killt ihn. Los. Und jetzt werdet ihr brennen. Say goodnight. Oh, oh. Geht auf mich drauf. Gar nicht gut. Ich fühle das überhaupt nicht. Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich habe Unfall gebaut. Ich habe alles kaputt gemacht und angezündet. Hä? Wo ist denn der Typ? Lol. Schon wieder so eine Aktion. Den werden wir jetzt gleich richtig hops nehmen. Hä, hä. Komm mal her, Bruder. Ich habe so eine geile Idee. Den treuen wir jetzt erstmal. Wartet ab. Und? Hä? Ich kann nicht mehr. Was macht der da? Hallo? Willst du tanzen? Ey, das kann nicht wahr sein. Ich verarsche den einfach. Ich verstecke mich hier. Guck mal, der Ulti wieder. Ich nenne es einfach neben dem. Was willst du tun? Ey, hör mal auf damit. Oh, oh. Lass mich in Ruhe, Bruder. Bitte. Es hat doch nur Spaß. Ich drehe jetzt einfach eine Runde. Haha, der will mich töten. Der ist so sauer. Ey, wenn der nicht auf meinen TikTok-Kanal guckt, ich weiß auch nicht mehr. Ich werfe jetzt wieder an. Wir facken ihn wieder ab mit dem Dance. Ich kann nicht mehr. Was ist das hier? Nein, der ist tot. Egal, wir dancen jetzt einfach. Bap, 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 bap. Bap. Das ist es doch. Also, wenn der mich nicht anschreibt, ich weiß auch nicht mehr. Ey, ich komme hier nicht hoch. Ich bin zu dumm dazu. Oh, oh. Wer schießt hier? Wo kam das her? Ja, klar, Bruder. Ich kriege direkt in die Fresse. Halt doch die Klappe. Das ist doch nicht normal hier. Der kämpft einfach im Busch drin. Falls ihr euch gerade fragt, was ich hier mache. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Wir entführen immer wieder Leute. Ey, was machst du denn hier, Vegeta? Schnauze. Schnauze. Das klappt auch noch. Ey, warte mal, du bist gar nicht tot. Zu wem gehörst du denn? Hä? Ey, ich glaube, ich spinne. Da hinten ist ja doch jemand. Ich habe schon wieder jemanden entführt. Du wirst deinen Freund nie wieder sehen, weil ich jetzt den Supersprung mache und Feuer. Oh mein Gott. Ich habe den aufs Dach geworfen. Ey, das ist ein Weltrekord. Wieso kommst du jetzt wieder runter? Na, hör mal. Du gehst jetzt wieder hoch. Du wirst das letzte Mal runtergelaufen sein. Tschüss jetzt. Überlebt er das? Ey, der lebt ja immer noch. Ist ja gar nicht tot zu kriegen. Kommt da gerade sein Mate hoch? Hallo? Okay, tschüss. Wir haben 414 Follower. 749 Likes. Ey, das ist so krank. 7683 Aufrufe. Guck mal da oben rechts. Plus 99. Hier geht es ab. Ein neuer Kommentar ist drauf. Nur einer? Nö. Ist das der vielleicht gewesen? Oh mein Gott, du hast mich gekillt? Ey, ich hexe dich mehr. Mein Lieblingsskin. Ey, ich liebe diesen Skin auch. Dennis? Wer ist denn Dennis? Ja gut. Wir haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit, Freunde. Es läuft eigentlich ganz gut. Vielleicht schaffen wir 10.000 Aufrufe. Das wäre wirklich geil. Die Idee. Hä? Ey, ich wollte mich gerade selber killen, Bruder. Aber du kannst doch nicht einfach den Truck klauen. Okay, wir verschieben das nochmal. Was machen die da? Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, oh, das klappt überhaupt nicht. Oder du sollst sterben? Bruder, du kannst doch einfach mal drauf gehen, oder? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Komm schon. Das war's. Oha. Tschüss. Wie gut. Ich glaube, ich werde sterben. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, das war knapp. Oh, mein Gott. Na, hör mal. Ich habe einen Anruf bekommen. Und zwar von deiner Mama, weil du scheiße im Fortnite bist. Leute, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Spannung hier. Ein bisschen Action. Irgendwas Geiles. Was war der denn da? Oh, mein Gott. Ich habe ihn. Yo, wie gehe ich ab? Tschüss. Ich bin einfach ein Profi geworden. Was willst du denn von mir? Oh nein, ich treffe nicht mehr. Nur noch TikTok läuft. Ich bin so ein Scheiße. Ich treffe überhaupt nichts. Oh, oh. Kann ich das machen? Oh, bleib doch bitte draußen. Hört doch bitte auf. Immer diese Leute, die so spammen. Ich mag das überhaupt nicht. Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Oh, Spaß. Er kommt rein. Oh, mein Gott. Aber ich komme nicht raus. Nein, das sieht nicht gut aus. Nein, ich bin schon wieder tot. Ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich habe in 48 Stunden mehr gespielt, als die letzten zwei Wochen zusammen. Wie viele Siege hat er? Fünf? Fünf Siege? Und damit flexst du, Bruder? Ja, okay. Ich würde sagen, Freunde, bevor wir jetzt final auf den TikTok-Account gucken, warten wir, bis die 48 Stunden voll sind. Und dann bin ich am Ende gespannt, wie es aussieht. Okay, Freunde. Das ist das Endresultat von You, Noob Cry und 48 Stunden harter Arbeit. Kapi. Wir haben 493 Abonnenten, also fast 500, 906 Likes und 9000 Aufrufe. Also, wenn das nicht geisteskrank ist, weiß ich auch nicht mehr. Ist das Stimme von Wannabe? Hatten wir den schon? Keine Ahnung. Komm, eins versus eins. Ja, los. Kann ich deinen Account haben? Das ist alles alt. Ich gehe die einfach nochmal durch. Ihr könnt euch die ja selber mal angucken. Ich wurde gebannt, also können wir es nicht. Wie, du wurdest gebannt. Was ist mit dir passiert? Ja, gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, falls ihr auch TikToker werden wollt, dann probiert das einfach selber mal aus. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Video.